um was geht ab hier ist mal wieder der aggressor vor euch am start liebe zocker und zockerinnen so und ich werde jetzt hier noch mal ein kleines tue was ist tue spielen wollen wir ein spiel spielen ja wir wollen alle ein spiel spielen sicher und daher startet er schon spiel mit bockwurst zusammen die alte bockwurst bock plus wurst gleich bockwurst da steckt ganz viel bock drin ich hab bock auf bockwurst schön mit heller gewürzketchup im brötchen lecker 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 schlemmig mehr mineralien gib sie mir gib sie mir die mineralien ne mehr damit ja so und jetzt holen wir uns hier schnell mal ein overlord wunderschön und jetzt holen wir uns schnell das gas und brechen es gleich wieder ab damit ich eine dritte ohne mehr habe so abbrechen mit escape übrigens ne falls ihr es noch nicht wusstet ganz einfach und jetzt scouten wir hier auch nochmal hin und den verstecken wir hier in der Ecke mal und äh was spiele ich denn mal auf was gehe ich hm gute Frage nächste Frage erstmal brauche ich jetzt hier ein kleines Kühlchen hier oben hin in der Ecke nehmen wir das gas und da kommt auch schon der WBF rüber gefahren hallo WBF was geht bei dir ein Phantom ist unterwegs Fantomas hier ist er oh dann wollen wir direkt mal an die Ecke setzen und das gas hier mal besiedeln oh ein zu viel raus mit dir ja oh schön da hat Gott sei Dank nichts hingesetzt so und dann holen wir uns mal direkt den nächsten Overlord ah da ist er auch schon fertig kann ich ja gleich meine kleine Queen bauen wir brauchen mehr Mineralien wir brauchen mehr Mineralien wir brauchen mehr Mineralien da kommt sie schon und da ist auch schon der Overlord fertig was haben wir denn hier noch ein Gegner kommen wir hier in Ruhe scouten oder werden wir hier gleich getötet ah das wird wahrscheinlich der ja war ja klar kein Schleim zu sehen oh die ziehen wir jetzt erstmal schon raus hier so dann haben wir den auch schon erledigt 10 Lümmel ach ja und mein Speed Upgrade wollte ich jetzt mal langsam setzen na da schreit ja schon die Queen hier bin ich sagt sie das war Queenisch Zergisch meine ich Oh Overlord nicht vergessen ah da ist die Exe auch schon fertig das macht mein Ellie hier der baut macht gerade auch Speed Upgrade ich glaube unten werde ich jetzt mal hier so eine Sankung setzen und boah Schlamm verbreiten oder nicht ist die Frage nein ich will das mal oh Reaper na wo ist er da ist er Trechheit ein paar Länge setzen nicht genügend Energie ach shit oh jetzt erst mal Watches hier und ein bisschen rumschleimen hier ne alte Schleimbeutel Machen wir mal rüber gucken wir brauchen mehr Overlords Gold Echse schon mal holen hier ja oh wunderschön danke okay wir holen uns auch nochmal weg hier Ghost hat er Ghost hat er ja war war schön war schön Ergern hier Was machen sie denn bei ihm hier? Amal! Wer kann denn Ellie nicht? Ihr Lümmel, ihr... Oh Wo ist das denn? Nuked Er nuket er hier wirklich? Ah, nicht mehr lange Nuke Sollte vielleicht mal seine Linke unten auch wegziehen Wir brauchen mehr Overlords So, es wird fertig Ah, hab ich schon Zieh weg Wo ist er überhaupt? Wo ist er? Da oben in der Ecke ist er Der Bixer Geiler Geiler Nuke Panelli hier So Oh, wir brauchen mal ein paar Hechtes hier Ja Ja, da oben auch noch meine Ecke hin Die Goldeckse holen wir jetzt auch direkt hin Genau Ich glaube, ich werde einfach mal Ultralisken bauen Vielleicht haben sie da ein bisschen Freude dran Ja 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 So Ja Ja So Aufsatz Hier mal ein paar Upgrades durchführen Hier mal ein paar Upgrades durchführen Ach ne, ich wollte das Angriffs-Upgrade machen Eigentlich Ah, war ich jetzt schon die nächste Queen Wollen wir es wieder um? So So Und um mal das Casino Und um mal eine extra Ein paar Länge hier hin Pflanzen, damit wir auch ein bisschen Sicht haben, ne Ah, wunderschön, da ist ja schon die zweite Queen Kann man arbeiten Ach, da will er Oh, denkst du denn, ne Ach, die retten wir auch noch hier Nukleare Abschuss festgestellt Ja, ja, ja Alles, alles kein Problem Oh, was hier, hier noch Bauern Was ist wohl mit deinem Juk, ne Was ist wohl mit deinem Juk, ne Du Lümmel So, und da kann ich auch schon gleich meine Ultra-Lisken bauen So Holen wir mal ordentlich hier raus Und holen uns jetzt auch direkt das Upgrade hier Yeah Was ist er denn? Was ist er denn? Ja Guck mal her Unsere Streitkräfte werden angegriffen Der Schwarm-Klasse wird angegriffen Der Schwarm-Klasse wird angegriffen Guck mal her, mein Freund, hm? Der Schwarm-Klasse wird angegriffen Wann juckt der denn hier schon wieder an? Nukleare Abschuss abgerissen Er es nervt sowas von Metamorphose abgerissen Irgendwann juckt der doch schon wieder her Hm Wir brauchen mehr Vespin-Gas Hier nicht, da nicht Wann ich? Wann ich? Alter, Alter, ey Wann ich? Ich hab nichts noch dazu Alter Falter, ey Sind aber auch fertige Menschen hier Oh, gucken wir oben nochmal lang Auf jeden Fall Die stressen irgendwie auch nur ihn, hab ich so das Gefühl So, aber gleich wird hier mal Aufgeräumt, würde ich sagen Da So, Freunde, das ist auch mir So, wie die Hmm. Mal ein Graben entwickeln hier. Bisschen Gas bräuchte ich eigentlich mal so. Nein! Alter Falter, ey. Gerade konnte ich meine Drohung nicht ausfüllen. Keine Ahnung warum. Merkwürdig. Reicht mir jetzt hier langsam mal. Metamorphose, aber die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Erschöpft. Unsere Verbündeten befinden sich im kardinarer Abschuss festgestellt. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Hmm. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Oh man, es ist mal vorbei. Oh, vorne vorne. Oh, vorne vorne. Welt erschüttert. Abschluss festgestellt. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Vespin Geysir erschöpft. Nukleare Abschuss festgestellt. Vespin Geysir. Vespin Geysir. Unsere Verbündeten befinden sich im Kampf. Und bauen wir mal. Ein paar Bänks dazu. Ein paar Bänks dazu. Ein paar Bänks dazu. Vespin Geysir. 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 Wir haben auch einfach die ganze Karte im Siegel. Fett Blutlauer, das ist richtig geil. Gibt es uns jetzt gegenseitig? Auch sehr cool. Wir heulen wieder rum hier ein bisschen. Aber verständlich, ne? Kann man sich schon mal aufregen, wenn man so gegen so zwei Programmer verliert, ne? Aber langsam geben wir auch die Mineralien wirklich aus. Das Gas hab ich genug, aber die Mineralien gar nicht. Was ist das? Was ist das? EG, RIP, RIP. Ja, 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 ja! Einfach die Bude volle Exen, das bringt schon was. Eigentlich kann er doch jetzt rausgehen, das bringt doch eigentlich nichts mehr. Aber ich glaube, er will noch nicht. Ich glaube, er will noch ein bisschen leiden. So leicht. Er muss jetzt hier auch noch Mutters bauen oder was? Ach, er hat ja ein paar Korruptoren. Na, gibt's hier noch was zum Töten? Ah, da ist noch was. So, hier brauchen wir auch noch ein bisschen was wegbauen. Aber auf jeden Fall ein krasses Game. Okay. Ja, ja. Ja, wo haben sie hier noch was? Wahrscheinlich eine Ecke. Da oben ist noch was. Ja, sie können es einfach nicht wahrhaben, dass sie verloren haben. Das ist unglaublich. Sieg! Ah, das war echt krass. Das könnte einen Aufstieg geben jetzt in die Diamantliebe übrigens. Könnte ich mir vorstellen. Ah, ne, noch nicht. Schade. Ja. Bockwurst war schon ein guter Spieler. Punktemäßig habe ich hier wohl am besten abgeschnitten, ne? Hier, schön. Meisterliga spielt er hier. Rang 1 anscheinend. Hm. So, dann schreibe ich mir hier nochmal kurz. Geht das überhaupt? Ah, Chat hier. Ja, ich hoffe euch gefällt dieses kleine nette Gamechen hier. Ich fand's richtig krass. Es hat richtig Bock gebracht auch. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Aggressor. See you und good luck and fun. Bis zum nächsten Mal.